Wir spielen auf unserem Tablet die Melodie Henschenklein. Dazu haben wir eine App installiert, die nennt sich Klavier. Ja, die nennt sich Klavier. Und, natürlich, wenn was nichts kostet, dann gibt es immer Werbung dazwischen. Aber jetzt können wir spielen. Denn Henschenklein ging allein in die weite Welt hinein. So kommt gut, an dem gut ist das Henschen wohl gut. Und, ja, ich glaube, besser geht es bei mir nicht. Mehr wollten wir auch nicht zeigen. Mehr wollten wir auch.